Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play von Let's Play Force und wir zocken weiter der Last auf was? Oh yeah, geile Scheiße! Und wir machen hier Highschool, das haben wir nämlich noch gar nicht gezockt hier, beziehungsweise geletsplayt. Die Map ist so schwierig. Ja, und da dachte sich der Neo, ach weißt du was, warum machen wir das nicht mal? Ich meine, die haben wir jetzt nicht gespielt, also die kennen wir nicht so gut. Wir werden jetzt wahrscheinlich nur drauf gehen, aber was soll's, für unsere Fans, machen wir es mal. Ja, genau. Also ich kenne hier ein paar gute Wege für den Anfang, ja. Alter, ich habe jetzt die Map so oft gespielt, glaub's mir. Also ich will jetzt keine größte Sprüche lassen, wenn ich sterbe, dann sieht das immer so nicht aus, aber ich kenne schon hier ganz gut aus. Schießen oder erschossen werden. Ja, schießen oder erschossen werden. Ja, eher schießen, würde ich auch sagen. Die werden jetzt nämlich hier kommen. Das ist so, da sind sie auch schon. Wir warten hier einfach nur. Ich weiß nämlich jetzt, die kommen hinter mir her. Das war nämlich ein Fail von dir, Alter. Nein, der will mich töten. Der will mich töten, Alter. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir, Alter. Das ist jetzt so ein Zweiter. Nein. Scheiße. Oh ja. Hörtlich, los geht's. Danke. Schöner Scheiß, Delta ist Geschichte. Oh, mir wurde gerade eine Bombe geschenkt. Boom. Alter. Wirklich sehr nett von den Typen. Ja. Dafür kriegt er auch Haufen Punkte. Danke. Sie sind rechts, wo du gerade hingeguckt hast. Also oben. Rechts. Oben, ja. Oben, rechts. Sie werden wahrscheinlich entweder vom Loch da runterkriechen oder die Treppe runter. Oder die flankieren komplett und gehen andersrum. So wie es ich jetzt vorhabe, ne? Jupp. Also, pass auf. Ich gucke die fixierte Kamera. Ähm, also von wo du hingehade gehst, da ist keiner auf der Treppe. Ich kann nur ganz rechts von dir nichts sehen. Und links in den Eingang auch nichts. Warte. Hoffentlich mal, dass hier keiner hockt, ne? Okay, oben. Die sind oben draußen. Weißt du, wo die Büsse sind? Ja. Einer, einer ist da. Mal da in diese Richtung, ne? Ah, jetzt ist es drauf. Er kommt gerade runter. Er kommt gerade runter. Ne, ne, den kannst du gerade da nicht. Bist du da? Ja. Der steht nicht mehr auf. Ja, alter, perfekt. Alter, perfekt. Wir haben uns gerade in einer ziemlich geilen Visual gesehen, wie du den fertig gemacht hast. Obwohl er eine Rüstung hatte. Und da, wo du den fertig gemacht hast, da unten war noch einer. Ja, da runter ist noch einer. Ich weiß, ich weiß. Ich versuche gerade zu denen hinzugehen, ja. Ich will hier ein paar Sachen einsammeln, aber scheiße. Ich versuche jetzt zu der Leiche hinzugehen in die Nähe, ne? Da müsste noch einer sein. Ja. Ich gucke jetzt dir gerade zu links. Also genau da ist er reingegangen. Ach, weiß. Da ist er, da ist er doch, da ist er doch. Siehst du den? Hinterm Bus, hinterm Bus. Ah, da, da, da. Ich schieße. Oh, perfekt. Das ist ein paar Mal getroffen. Hast du keine Backe? Alter, das muss angehiedert sein und ich habe keine Munde mehr. Mach ihn fertig, mach ihn fertig. Wow. Okay, getroffen. Oh, von der Seite. Ich lebe noch, ich lebe noch. Könnt ihr doch überleben. Aber ich habe zwei K.O. geschlagen. Hä, wo ist das denn? Ja. Wahrscheinlich im Klo. Im Klo wahrscheinlich. Ja, im Klo, da kannst du ja wieder klappen, ne? So typisch Delta. Hinterhältig aus dem Klo, oder so, ne? Ja, die haben mich gejagt, alter. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Die haben mich gejagt. Da haben wir mich töten. Hat er dich ganz toll lieb. What the fuck. Wow, wow, wow. Alter, Achtung. Ich bin gespannt hier. Achtung, hier lummert irgendwo einer Welt. Ich habe es ja schon gesehen. Nur weil das Problem ist... Ich bin gespannt hier. Ich bin gespannt hier. Es gibt viele Lösungen. Oh, echt. Ich bin unifiziert der Tor. What the fuck? Lauf weg, alter. Lauf weg. Oh mein Gott. Der ist jetzt... Scheiße gestorben wird das sein. Erledigt. Los geht's. Neo, bist du tot? Nein, ich klebe es. Also, ich habe schon ein bisschen Angst. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Typ da nicht weit sein kann. Näh. Jemand müsse drauf gehen, damit wir sehen, wo der ist. Kleine Schwanz, Leute. Ich habe einen Sprintgefangen. Ich gucke mal auf den Klo. Vielleicht versteckt er sich ja da. Nope. Ich gucke gerade hier am oberen Geschoss nach. Ah, ich sehe ihn auf der Map. Wo ist er? Der ist ganz hinten. Der ist ganz hinten. Da, wo keiner von uns ist. Wat für ein Schwanz, Leute. Und ich kann jetzt nicht zu dir sprinten. Hol ihn dir, alter. Nee, der ist je weit weg. Tu's für unsere Teammitglieder. Also für unsere Zuschauer, meine ich natürlich. Wo ist er denn? Ist er bei dir? Ja, er ist ganz genau vor mir. Alter. Hier entst... Ach! Nein! Die sind erledigt, aber nicht abschalten. Versuch dich zu wiederleben. Da kommt bestimmt noch mehr. Ich versuch dich zu wiederbeleben. Ich krieg den Tod so nicht. Ich krieg den Tod so nicht. Ich will dich aber trotzdem wiederbeleben. Ich halt, dann erschieß dich ich halt, klar. Oh mein Gott, wie geil. Ich hätte sich halt zielbecken können. Danke! Alter, du kriegst mir so viel geschenkt hier, äh, für 5 Sekunden. Begehrt. Bicke gleich mal hoch, ja. Ja, weil der kommt ja gleich mal hoch. Ja, ich hab ja... Ja, wie ist... Aber die sind unten. Der Arsch steht nicht mehr auf! Okay. Ich hab dich Arsch! Oh, 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 oh. Warte, ich geb dir noch nen Headshot. Warte, 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 ich geb auch nen Headshot. Der ist tot! Perfekt. Oh ja, Delta, du rockst! Oh ja, Delta, du rockst! Auf Wiederbesuch! Delta, Achtung, hier in den Reimen ist jemand! Ja, ich hol' mir erst mal hier meine Sachen hier, die ich... die ich... nicht ausgedacht habe. What the fuck! Wer ist da denn? Achso, der war oben? Joop! Der letzte schon wieder? Oh ja! Alter, wo versteckt der Lappen sich jetzt wieder? Will ich wieder dasselbe sein? Meinst du, der versteckt sich wieder oben? Ach! Ich... hoffe, du kannst es rausschnauern. Ich schau grad in dem Klo nach, ja? Warum? Das ist doch natürlich! Niesen! Ja! Aber unprofessionell! Alter! Außer man redet! 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 Woll! Ist er in der Nähe von dir? Weißt du was? Ich seh nichts auf der Minimap! Okay! Und ich seh den auch nicht! Schau mal im Weiberkloch! Meinst du, der kloppt sich da gerade ein? Höchstwahrscheinlich! Alter, warum nun ist das Weiberkloch so groß? Achso, das sind Duschen! Alter, warum haben die Frauen hier Duschen? Verdust! Tja! Okay, ich hab ihn! Wo ist er? Du bist nicht dran, Alter! Jetzt bist du einfach nur... Alter, er hat mich... Hau rein! Ow, CJ. Ja, ja, ja! 4-4-1! 4-4-1! Alter, ich fixe gerade so was von! 1, 2, 0 ey! Auch nicht schlecht, oder? Ja! Ich mein kein Tod ist besser als ein Tod! Achso! Aber ey! Er tut mal so richtig gut hier! Ja, so eine richtig harte Runde zu haben, ja, er tut gut. Dann fühlt man sich noch einbrief. Fertig, los geht's. Oh, hab mal Rüstung hier an. Von Anfang an vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, komm mal mit mir. Äh, Moment, ich geh grad meinen eigenen Weg. Hoppla, falscher Knopf hier, dass man sich hier immer verdrückt. Die werden nämlich gleich hierher kommen. Los geht's. Kann nichts bauen, Alter. Ich brauche Hilfe. Erledigt, los geht's. Alter, ich kann immer noch nichts bauen. Jetzt kann ich nicht gehen. Ah, die wählen jetzt eine total alternative Route. Okay, unten bei diesem Sound. Okay. Ich verschieße zwei Schuss, aber ich kann zu schnell sterben. Der Uniformierter erledigt. Und tot. What the fuck? Hinter euch, gell? Ich bin hinter euch. Dann kippen wir die beiden. Rehren. Klummer sind. Alle laufen. Ein Eindringling tot. Der Arzt, ich lau. Schluck mal, Schluck. Schluck mal, Schluck. Ja, schluck mal in der Schrot hier, du Wichser. Neo, pass auf, der ist... Achso, du... Achso, ich hab's denn hier. Scheiße, bin getroffen! Der hat eine Machete. Warte, ich helfe dir. Ach, der ist nicht weiter geflüchtet. Ja, ich will mit dir. Weiter, ich helfe dir. Er kommt, glaube ich... Nee, 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 er ist auf der Flucht. Nee, er ist auf der Flucht. Komm, wir holen den. Ja, die kommen nicht hin. Die Ärsche wussten nicht, was abgeht. Perfekt. Ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, ich glaube, wir haben wieder mal gewonnen. Ja, wie geil. Wieder mal gewonnen. Ja, das ist doch nice hier. Ja, ja. Ja, schöne Vorräte. Die Leute werden wieder gesund. Bei mir sind die sowieso immer alle gesund. Entweder sie sind gesund oder sterben wegen irgendeinem Überfall. Also dann, Leute. Das war's schon wieder mit unserem Let's Play. Bis zum nächsten Mal.